Hallo, ja, alles gut, ich habe mir was gekauft, guckt mal, ist das nicht toll? Ich habe mir die Sims Wellness Tag gekauft und zwar habe ich mir das gegönnt, weil einige von euch meinten, da kann man Sims in der Sauna sterben lassen, voll gut und ich dachte mir, das ist doch, das machen wir ja sowas von und ich habe mir gedacht, dafür haue ich doch mal einen von diesen ganzen Scheiß-Clubs hier weg. Wir nehmen mal dieses komische Landhaus hier, zack, möbliert natürlich, tja, jetzt wird gebaut. Ich habe mir dieses gegönnt und ich habe mir Outdoor-Leben gegönnt von den Twitch-Spendern. Ich habe gestern einen Stream auf Twitch gemacht, hier bitte meinen Twitch-Link einfügen, und habe da eine kleine Taschengeldkasse gemacht und von dem Geld, was da rumkam, habe ich mir jetzt Erweiterungen gekauft. So wisst ihr wenigstens das mit dem Geld, was Sinnvolles passiert. Und es ist Sims-Zeit, es ist wieder Zeit für einen Kaffee. So, und ich habe auch gesehen, ihr habt mir wieder fleißig Sachen gebaut, hier. Und zwar, falsch, fleißig, ah, ich möchte sie irgendwo platzieren. Und zwar möchte ich sie, da wohnen wir, ich möchte sie, da wohnen schon welche, da wohnt auch schon jemand. Hä, habe ich denn hier zweimal wohnen? Zehn, neun, dann nehmen wir den hier. Ja, äh, rauswerfen, bitteschön. Und dann möchten wir die natürlich nicht, ja, nicht möbliert. Die wohnen einfach in einem nicht möblierten Haus. Auch okay. So, fassen wir mal eben zusammen. Was haben wir denn, äh, wir dürfen jetzt cheaten. Guck mal, dass das die ganze Zeit noch aktiviert ist, ist ja schön. Ich weiß, man kann das auch irgendwie mit der ganzen Familie machen, aber im Grunde ist mir ja scheißegal, was mit den Idioten ist, ne. So, wir haben letztes Mal Geburtstag gefeiert. Ähm, hier wächst meine Gartenservice engagieren. Ach ja, es gibt ja jetzt, äh, Neuerungen. Stimmt. Es gibt ja jetzt, äh, Sims, EA, Dingsbums hat jetzt irgendwie den, ähm, den Gärtner hinzugefügt. So, wir haben hier ja unsere kleine Kuhpflanze, die schon wächst und gedeiht. Wir bewässern sie mal. Ach so, ich bin mit der falschen Person ausgelegt. Wir bewässern sie mal. So, komm, tschak, 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 tschak. Jetzt hat sie das schon gemacht. Ja, da freust du dich, ne, du Kleines. Ach, schön. Wachs mal schneller, dummes Ding. Okay, ähm, unsere nächste Aufgabe ist jetzt, dieses Gasleck hier zu ignorieren, als potenzielle Gefahrenquelle natürlich immer schön stehen lassen. Oh, und hier sind eine Menge elektronischer Geräte, die, äh, einsterben lassen möchten. Wir müssen jetzt erstmal die Saskia unter die Haube kriegen und entweder bei ihr einziehen oder sie bei uns einziehen lassen. Ich weiß gar nicht, wo die wohnt. Ich müsste die eigentlich, müsste ich die mal besuchen, oder? Ähm, um Verabredung bitten. Dann machen wir direkt mal Nägel mit Köpfen. Saskia, Hallihallo, Hallöchen. So, dann können wir nämlich direkt mal die neuen Inhalte auschecken. Und ich liebe es. Gehen wir doch mit ihr zusammen ins Wellnetz. Oder habe ich jetzt hier eigentlich outdoor-mäßig? Ist das jetzt, warum? Doch, das kann ich jetzt spielen, ne? Uh, 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 ah nein, da muss ich, äh, Karriere-Scheiß kaufen. Ja, nein, das möchten wir nicht. Wir bleiben dann mal hier in Wündenburg. Und gehen ins Wellness-Center. Vielleicht können wir im Wellness-Center auch heiraten. Weil wir sehen ja schon aus wie so Yoga-Lesben. Dann wäre das ja eigentlich fast naheliegend. Ich muss übrigens sagen, es, ähm, merke ich immer, weil ich heute Produktionstage habe. Heute Produktionstage. Weil ich heute Produktionstag habe und, äh, vor diesem Video hier mein Hauptvideo gedreht habe. Es ist tatsächlich, macht mir das Gaming im Moment mehr Spaß, muss ich sagen. Es ist, ich freue mich. Wir sind übrigens auch über die 20.000. Applaus an euch. Ihr seid ganz toll. Ähm, das ist das, das habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Das habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Ich wollte nur sagen, ihr seid ganz tolli toll. Wir sind schon über 20.000. Vielleicht, nachdem mein Hauptkanal ja jetzt die 100.000 geknackt hat. Ah, das ist auch ganz toll, muss ich sagen. Vielleicht schaffen wir das hier auch. Das wäre ganz toll, so. Wir müssen ja erstmal hier jetzt unsere ganze Date-Scheiße abrocken, damit wir, ähm, ja komm, setz dich jetzt da hin. Und danach machen wir Yoga, so. Nein, nein, jetzt setzt euch da wieder hin. Nein, zusammen sitzen. So. Setzt euch mal ganz ungezwungen da hin und habt eine schöne Konversation. Wir raspeln mal Süßhölz. Jetzt setzt euch doch da hin. Zickigen Weiber. Techtelmechtel im Busch. Sowas von. Ah, da geht's schon. Heiratsantrag machen. Wir machen hier direkt Nägel mit Köpfen. Wir wollen die Saskia, ja, äh, unter die Haube kriegen. Haben wir eigentlich, nee, wir haben mit dem Paolo letztes Mal nicht, ne? Also Paolo 2, Kellner Paolo. Noch trotteligerer, oh, hallo, Yoga-Lehrer. Ja, bei dir würde ich auch mal eine Privatstunde nehmen. Ja, was ist denn jetzt hier? Händekütteln. Okay, wir machen erst ein schönes Date und dann, dann machen wir den Heiratsantrag. Techtelmechtel in der Sauna. Yes. Los, tut es. Ich habe gehört, dass das nicht gut ist. Ich habe gehört, wenn man im Real Life in der Sauna Techtelmechtelt, kann das sehr fies auf den Kreislauf schlagen. Hat man mir gesagt. Cool, mal was Neues. Die geht auch schon so nah an der dran. Aha, die hat ihre Brüste auf dem Booty der anderen abgelegt. Okay, so. Das ist also die Sauna. Das ist eine sehr schöne Sauna. Dann Sauna... Warum seid denn ihr nicht nackt? Das ist eine Sauna. Hallo. Ne, mach mal den Qualm hier weg. Ach, ist ja langweilig. Naja. Warum nicht? Und in der Gemischtsauna kannst du dann Gangbang starten. Hm. Gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleichzeitig kokett. Das ist doch auch schon mal schön. Vielleicht kann ich einen anderen Sim auch massieren. Eine Massage erhalten. Eine Fruchtbarkeitsmassage erhalten. What the fuck. Steinmassage, Tiefenmassage, Aromatherapie. Ach du heilige Scheiße. Nein, wir machen jetzt erst hier noch ein bisschen... Anmachen. Ja, sehr gut. Ja, sowas aber auch. Die Ladies in der Sauna. Aufreizend posieren. Mit Saskia entspannen. Das ist doch auch schön. Verführerisch sein. Aha. Da machen wir jetzt voll das Golddate draus. Und dann machen wir einen Heiratsantrag. Und dann heiraten wir irgendwo Outdoor. Ach so, wir müssen auch irgendwo zusammen sitzen. Okay. Ich habe hier auf jeden Fall eine Couch gefunden. Im Ruhebereich. Wenn sie denn dann jetzt auch mal kommen, dann... Ja, hör auf zu saunieren. Sonst ist das Date gleich vorbei. Oh, die muss in einer Stunde in die Schule. Ich muss ja jetzt immer vorlesen, was da oben in der Ecke steht. Weil ihr es ja nicht lesen könnt. Weil ich ja meine Kamera jetzt hier oben rechts in the right upper corner gepackt habe. Willst du nur zusammensitzen? Wo ist die denn? Los. Hä, wo ist die Saskia? Ist die denn bescheuert? Ist die abgehauen? Ist die getürmt? Ist die mal eben auf Toilette und dann aus dem Fenster raus und weg? Wo ist die denn? Und warum macht die... Warum macht die in einem Abendkleid mit einer Käppi Sport? Was ist denn... Das ist die, ne? Was haben wir uns denn dabei gedacht? Kann die mal aufhören damit? Mit... Oh, da machen wir eben mit Yoga. Yoga machen mit. Gedankenkonzentration. Ja, und jetzt geht die weg. Du willst mich doch... Mach mich doch nicht bescheuert. Das ist das weirdeste Yoga-Outfit, das ich jemals gesehen habe, möchte ich sagen. Nein, wir kriegen keine Goldverabredung mehr hin, wenn das nicht ein bisschen schneller geht. Das ist so ein seltsames Outfit. Ich weiß, dass das noch irgendein Custom-Content von mir ist, aber das ist jedes Mal seltsam, das zu sehen. Setzt euch jetzt gemeinsam da hin. Es ist... Gleich kriege ich einen Anfall. Gleich kriege ich einen Anfall. So. Sprechen. Küssen. Mach irgendwas. Bitte. Was ist denn? Zusammensitzen. Wie Fragezeichen. Was ist denn so schwierig da dran? Das scheitert jetzt echt hier noch am Sitzen und Reden. So, Moment. Ich mach Pause, damit ich in Ruhe suchen kann. Freundlich fesselnde Geschichte erzählen. Los. Fraste gleich aus, ne? Ja, toll. Ich hab's doch versucht. Diese dreckige... Okay. Ich liebe sie. Sie ist toll. Toll, toll. Es ist so unkompliziert mit Frauen. Na gut. Wir machen ihr jetzt in der Yoga-Halle mal ein... Wir können hier keinen Heiratsantrag machen. Ja, ist ja gut. Dann machen wir eben Yoga jetzt. So, wir haben auf jeden Fall eine Wellness-Fähigkeit erworben. Das ist doch schon mal schön. Und machen jetzt Yoga mit Sascha Lobo. Ihr könnt jetzt googeln, wer das ist. Das ist... Der sieht nicht aus wie der Yoga-Lehrer, den ich vorhin gesehen hab. Das ist eine Enttäuschung. Wer hat ihm eigentlich dazu geraten, einen magentafarbenen Iroh zu färben auf rote Haare? Da krieg ich Augen-Aids von, ne? Naja, gut. Dann machen wir jetzt eben noch kurz Yoga mit der Saskia zusammen. Okay, äh, ich glaub die... Also irgendwie ist die Saskia heute ein bisschen... Warum ist sie unwohl? Ach, weil sie stinkt. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Wir knutschen die trotzdem weg. Die braucht sich gar nicht unwohl zu fühlen. Alles in Ordnung. Ähm, bitten in die Wolken zu schauen. Hier sind so neue Sachen auf einmal. Das ist voll schön. Ich möchte ihr jetzt... Wange küssen. Ich möchte ihr jetzt einen Heiratsantrag machen, bitte. Romantisch? Heiratsantrag machen. Aha. Ha. So. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Wo machen... In dem Outfit wirklich? Ach, jetzt gucken sie in die Wolken. Ach, siehs. Guckt mal. Die Mäuse. Ja, das bin ich. Hä? Ich bin hier oben in der Sonne. Willkommen bei der Truman Show. Okay, sie gucken noch Wölkchen. Wir warten noch kurz, bis die, ähm... Die Wolkenguckerei beendet ist. Und die kommt so vorbei und denkt so, ja, da liegen zwei Junkies auf dem Boden und fahren sich gerade wahrscheinlich den übelsten Trip. So, geht doch. Wir machen dir einen Heiratsantrag. Ist das aufregend. Willst du meine Frau werden, sieh so? Ja, wieso denn nicht? Ach, ja, ist so schön. Ich bin bestimmt die Erste für dich. Ah, siehs. Ja, das ist okay. Die Rollen sind auf jeden Fall schon mal klar verteilt. Das ist weird. So, wir sind verlobt. Kann ich die jetzt auch bitten, bei uns einzuziehen? Hochzeitsfeierplan. Saskia sofort heiraten. Ähm... Näm, 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 näm. Dann schieben wir noch schnellen Techtelmächtel im Busch hinterher. Ja, ist so... Oh, Alter, ist die dreckig, ne? Ich möchte, dass sie jetzt bei uns einzieht. Oder wir bei ihr. Und sie riecht so an sich und denkt so, ah, komm, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Ihr sollt jetzt Techtelmächteln, bitteschön. Geht nicht mehr. Wahrscheinlich zu knüsselig, die Olle. Okay. Farbe ändern. Regenbogen. Ah, toll, Regenbogenwasser. Na gut. Wir sind verlobt. Das ist ja schon mal schön. Wir können sie aber nicht bitten, bei uns einzuziehen. Das ist irgendwie... Verwirrungsschlüsseln. Irgendwie seltsam. Ich möchte sie ja auch spielen. Doch, da, bitten einzuziehen. Okay. Dann machen wir das doch. Ist das... Hat er... Warte mal, warte mal, warte mal. Hat er hier eine Mädchenfrisur? Ja, ne? Zusammenziehen. Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die bringt wahrscheinlich nicht so viel Geld mit. Äh, warum suche ich mir auch eine Fäscherin? Derzeit nicht in Welt. Okay. Ähm. Wir ziehen einfach alle zu der. Gesamte Einrichtung auf dem Grundstück verkaufen. Ja, machen wir mal. Weil dann haben wir mehr Geld. Ja, doch, komm, das machen wir mal. Später einziehen, jetzt einziehen, später... Jetzt einziehen. Ähm, genau. Dann machen wir das jetzt nämlich. Und dann können wir uns auch, ja... Umziehen mit Peters. Ach, jetzt muss ich mir ein Haus aussuchen, oder was? Ach so. Die ist gar nicht in der Welt spielbar. Mhm. Hm. Ja, dann, äh, machen wir es doch einfach mal so. Ich habe gesehen, ein lieber Mensch von euch hier hat mir nämlich ein neues Häusle gebaut. Die Sonne 15 XD. Und wir nehmen das einfach, während des Umzugs nicht verfügbar. Ach, damn. Oh, aber den können wir mal... Ah, hallo. Guck mal, Vox, was ist das? Das ist auch von der Manuela. Ah, sie hat uns ein neues Haus gebaut. Sie hat uns ein neues Haus gebaut. Yes. Oder ist das unseres jetzt? Nein. Nein, sieht nur so ähnlich aus. Okay, das nehmen wir gleich. Oder das hier? Nein, das ist das, was wir aktuell haben. Ach so, wir müssen jetzt erstmal ein Haus platzieren. Okay, pass auf, dann ziehen wir erstmal wieder in den Leuchtturm. Ja, ja, ist okay. Immobliert. Zack. Und dann, ähm, ziehen wir um, würde ich vorschlagen. So, das müsste ja eigentlich... Jetzt müsste das ja gehen. Ach, schön. Und jetzt kann ich die doch umziehen lassen, oder nicht? Wir möchten bitte einmal umziehen. Und zwar ein David. Haus, was wir uns nicht leisten können. Das ist doch scheiße. Oh, Mann. Pass auf, dann machen wir das anders. Dann setzen wir da doch einfach... Ähm, wen finden wir denn schön? Der gefällt uns auch gut, ne? Aber wir nehmen lieber den Volltätowierten hier. Den kann ich nicht, während des Umzugs nicht verfügbar. Ach so. Okay, Moment. Umzug wieder abbrechen. So. Ja, 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 ja. Nein. Ah, gut. Du kannst dir den Umzug hierher nicht leisten. Oh, Mann, oh. Kann ich dem Geld cheaten? Darf ich dem Geld? Nein, darf ich nicht, ne? Leck mich doch. Mensch. Ach, ja gut. Okay, ich fasse zusammen. Die Ehe mit der Saskia war ein ziemlicher Griff ins Klo. Die hat nix. Die hat nicht mal ein Haus. Das ist einfach eine obdachlose Fischerin, die wahrscheinlich auf dem Kudder irgendwo gewohnt hat. Und sie jetzt an uns bereichert. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Wir gucken jetzt mal, ähm, was wir so, äh, machen können. Und dann gucken wir, dass wir die Alte mal heiraten. Einfach direkt weg heiraten. Und schnell lauter die Erde kriegen die. Wie viele ist das eigentlich? Wir hatten den Mortimer, wir hatten den Paolo und den Olafs. Dann Nummer vier jetzt, ne? Verschollen. Lass einen Sinn im höchsten Level der Angelfeld. Verschollen? Errungenschaft? Was soll das sein? Ich hab hier, äh, da steht, verschollen. Lasst einen Sinn, den höchsten Level in der Angelfertigkeit erreichen. Okay, doch, okay. Das Problem ist, ich habe hier nichts zum Angeln, obwohl ich direkt am Wasser lebe. Was ist das hier? Frösche suchen. Ah, cool. Ich kann da Frösche suchen. Achso, das ist die Tochter. Ja, die ist nicht da. Dann, ähm, okay. Ey, geil, aber dann können wir die jetzt spielen, ne? Die Saskia. Voll gut. Machen wir die erstmal, ähm, Wir können sie nicht, warum, warum nicht? Kann ich nicht cheaten? Nein? Fick dich doch. Dann halt nicht. Aber dann können wir ihr Aussehen ändern. Und zwar kann sie mal hier, äh, sich frisch machen, Aussehen ändern. Los! Es geht mir nämlich schon die ganze Zeit auf den Sack, dass die ungeschminkt ist. Beziehungsweise so, ja, geschminkt. Ähm, ein bisschen Make-up. Lappe. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Okay. Das ist alles irgendwie von allem zu viel. What the fuck? Was ist das für ein Lippenstift? Was soll das? Das ist ja furchtbar. Wir nehmen den hier so. Da sieht die ein bisschen hübsch mit aus. Und ein bisschen Rotsche. Schadet der auch nicht. Und dann nehmen wir hier so. Das sieht alles voll scheiße aus. Wir nehmen das. Wir nehmen das so. Ein bisschen Eyeliner drauf. Das ist Clownsmalerei. Ähm, ja, nein. Heilige Scheiße. Okay, so. Und dann würde ich noch ein bisschen schnell was an den Outfits ändern wollen. Ja, es ist ja irgendwie ein bisschen seltsam, wenn sie das... Ah, das ist Kill Bill. Oh mein Gott, das ist Kill Bill. Mega gut. Das nehmen wir. Ihr Alltagsoutfit mochten wir, oder? Jetzt müssen wir noch Business schmissen. Das sieht noch ein bisschen scheißig aus. Ah, hier mit einem sexy Seitenausschnitt. Gibt es das noch in einer anderen Farbe? Grün. Grün steht ja doch gut. So, das haben wir. Schlafi, schlafi, machen wir hier die richtig Nordi Bitch aus der. Und zwar in... Rot. Hure. Uah, 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 uah. Das ist ein schönes Kleid. Das nehmen wir. Und Schwimm-Sachen, ähm, 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 hier, du hast es doch gerne. Ach, hallo. Aber hier, guck mal. Da könntest du es für euch. Deckerbröste. Sehr schön. So, guck mal, so gefällt die uns doch schon besser. Zack. So, ich, ähm, fertig... Warum ist Trudi hier? Müsste die nicht in der Schule sein? Trudi hat etwas gefunden. Ja, schön, Fräulein. Eigentlich ist Schule angesagt. Jawohl. Ist aber auch unattraktiv. Meine Güte. Okay. Wir gucken mal. Ich wollte ja sowieso mal abchecken, ob jetzt irgendwie... Weil ich hab ja, wie gesagt, mir den, ähm... Da ist auch alles... Ist kaputt. Aber wo sind denn die Gespenster? Wo ist eigentlich mein Grabstein von Mortimer hin? Man weiß es nicht so genau. Ich muss ihn mal bei Gelegenheit finden. Ähm... Oh, wir können was malen. Ein klassisches Gemälde. Und zwar ein großes, klassisches Gemälde. Los, mal das mal. Gucken, was dabei rumkommt. Und danach würde ich nämlich gerne mal, ähm... Oha, sieht schon sehr, äh, gut aus. Danach würde ich tatsächlich mal gerne auschecken wollen. Vielleicht mach ich das aber auch in der nächsten Folge. Was die Outdoor-Geschichte angeht, ne? Was wir da so Neues dazubekommen haben. Was es cooles gibt. Und, äh, ich lass sie mal eben hier fertig malen. Ja, nun gut. Sie ist, glaub ich, fertig. Es ist, ähm... Äh, ich weiß nicht, was das über sie aussagen soll. Es ist ein regnerischer... ...abend an einer Bucht. Leinwandrahmen. Schön. Dann lass uns das doch mal nehmen. Und in Inventar... Wir nennen das... Wir nennen es... Vierlefant. Das ist ja ein guter Titel. Ich möchte es gerne in meinem Inventar platzieren, so. Schön. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Sie ist inspiriert. Sie könnte ja eigentlich... Was kannst du... Was machst du denn da? Hör doch auf. Was könnte sie denn... Sie könnte... Ach, warte mal. Wir haben ja auch noch diese komische Geige, ne? Wo ist die eigentlich? Ist sie jetzt in ihrem Inventar? Ja, da ist sie. Na gut. Dann stellen wir sie mal... Ähm... Wir stellen sie mal... Hier so in den Flur. Platziere sie. In Welt platzieren. Und zwar... Hier so. Man kann sie nämlich ein bisschen üben, weil sie ist ja gerade so wunderbar inspiriert. Hatten wir bislang noch, nicht? Ah, na, 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 na. Und dann lassen wir sie eben fiedeln. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt eine erfolgreiche... Eine erfolgreiche Yoga-Troller. Zumindest verlobet an uns, verlöblicherweise gebunden. Und ich würde sagen, ich mache mich mal im Internet ein bisschen schlau, was so das... Was so dieses Outdoor-Ding angeht. Und vielleicht können wir dann in der nächsten Folge mit der Saskia mal auf Outdoor-Erkundungstour gehen. Yay! Und wir müssen auch noch heiraten. Vielleicht kann man da irgendwo heiraten. In der Wildnis. Das wäre total schön. So eine Wildnishochzeit. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit mein Gaming-Kanal größer wird und ich mich freuen kann. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Tschüss!